Ich ab, aber cool, dass ihr euch versteht, echt cool. Aber voll cool, dass ihr euch versteht, echt cool. Ich bin dran! Nein, Auto, lassen wir die Aufkraft gut machen. Ach übrigens, ich hab meine Catch-or-Ride-Station wieder zum Laufen gekriegt. Schwing deinen Hintern in meine Werkstatt, falls du ein Gefährt brauchst. So was aufhören, was ich hier mache, schau. Ein Deko-Teil mehr! Wir nehmen es automatisch auf. Fangen wir da hinten hin, da soll es irgendwas geben. Noch mehr Banditen! Wow. Gut, Reifen kommt ab. Hey, nicht ohne mich wegfahren. Tschöööö. So haben wir auf und zu nerven, wie sie vom Schnellen ist. Kommt da nicht in der Reichweite. Stein vor. Hast du jetzt bald an Banditen gefährt? Roland legt zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber er wird besser länger gefoltert wird, als unbedingt nötig. Ja, ich merke es nicht. Äh, mach's gut, komm da. Ich hab irgendwie einen Tisch von dem Stein runter. Ja, jetzt aber. Bremst die Band. High Speed. Bremst. Irgendwo hier muss noch einer rumchillen. Ne, wir haben noch eins. Oh, ich hab noch einen. Gut. Ding. Burn ist Level 12. Ja, das wäre... Ja. Oh, wir müssen das Teil vielleicht noch aufsammeln. Geschafft. Das wäre ganz praktisch. Was wollen denn? Jetzt ja. Wir warten nur, dass wir das Teil aufgesammelt haben, dann können wir es hier aufgehen. Oh Gott, die fette Frau macht mich in Panik. Bei mir ist eine Quest als der Film angezeigt, deswegen frage ich, steht ihr das auch? Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. So, ich nehme einfach die Quest an. Okay, sieht gut aus, jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-a-Ride-System reinkriegen. Hast du diese Kühlerhauben-Ornamente gesehen, die die Ho-Dumps von mir gemacht haben? Ja, stylisch. Ja, ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das die Zeit ist... Wer? Herr Gart! Komm her, Buggi! Drück ins Batmobile. Dedeedeede... Hab jetzt gar nicht da! Muskel in meinem Weg stehen! Soll ich nicht noch mal mit dir, ey? Ey, ich hab mir gerade einen Kipp angemacht. Stürbt! Nanananananananananana Batman! Batman! Los, töte dich! Ein Scooter soll aufhören meine Kunden in Brand zu setzen! Das schaff ich schon selber! Batsch! Da! Moment! Batsch! Wo ist es? Ja, ab, ab, gesammelt! Da 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 Fatman! Batman... Ne, Fat Woman. Warte! Batman! Lalalalalalalalalalalalalala Fat Man! Was bitte? Was? Was? Puff! Bitte! Oh, bitte! Nanananananananana... ...nana... Nein! Halt ihn auf die Seite! Oh, der ist voll wie Gewörder-Titten, halt! Und in den Titten kannst du locker ersticken! Oh Gott, ey! Boah! Spielt der mit uns Kreiselfahrt oder wie? Das ist ja mal so! Da bekommt auf jeden Fall die Bedeutung, alles was in zwei Hände packt, eine ganz andere Bedeutung! Ah, Abram! Da, 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 da eins noch... Da, 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 da... Halt, klack! Du hast genug... Dada, da, 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 da... Halt, zack! Halt! Fertig! Verteil die Ornamente einfach rundum in der Garage! Der Lager wird Schicksal aussehen, wie wir die angebracht haben... Fühl ich 6, die Alter. Das ist mein Favorit. Das sieht nicht gut aus. Explosion, Diebstahl und Innenausstand! Was für ein Tag! Das tatsächlich muss Fähigkeit verbessern. Natürlich? Denk ich schon, ne? Wo denn? Stark? Ja, durch die Abgabe der Quest haben wir das gekriegt. Ach, wir alle? Ja. Äh. Alter. Man kann ja auf den Titten stehen. So, jetzt... Guckt euch das an, guckt euch das an! Wo ist es denn? Müssen wir jetzt nicht irgendwie das Fahrzeugbundär irgendwie einspülen? Jo. Eigentlich schon, ne? Ja. 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 Keine Ahnung. Wir fahren mal mit unserem eigenen Fahrzeug. Wir fangen erstmal an und außerdem ist das Batmobil und das... was weiß ich... Das Kack-Mobil. Ja gar nicht mehr müssen lassen. Ja! wird es drin überhaupt so umgezogen? Das Kack-Mobil. ja gut... Gewwirtschaft! Das je Bel 화ob in einer Furze oh... Oh ja! Vergewaltigung So, jetzt müssen wir an die Catch a Ride, nehme ich mal an Deine Mama Und mit dem Fahrzeug kommen wir da ja nicht durch Übend So Kannst du machen, schöner Fahrzeug Ach, wer sinnt mir denn jetzt? Währenddessen gehe ich mal meine Blase erleichtern Klar, weil sonst habe ich keine Freunde Nö, wir können da aber nichts dran ändern Ne Nö Super, mein Gott, Schatz Ja, doch, sieht doch anders aus Oder ist das Nö, das ist einfach nur ein anderer Spin Dann komm, steig ein Auf, Bongi Ich weiß nicht, was es jetzt gebracht hat, dass wir Für den Kugel nicht ausüllen, nicht ausüllen Ja, hupe einfach mal Und wir müssen noch auf Bongi warten Ach was, noch mit so Platz Ich rufe doch Sag doch was Ich krieg's nicht auf Bongi Ist'n das das neue Fahrzeug? Ne, oder? Nö Vielleicht, los Passiert nix Vielleicht steht das irgendwo rum Vielleicht haben wir es übersehen Du kannst kein anderes auswählen Das ist ja das komische Vielleicht müssen wir ja bei ihr das Cateride benutzen Hab ich schon, da hab ich geguckt Da kam aber auch nix Fahrzeugtyp Ne, geht tatsächlich nicht Du mal Vielleicht fahren wir einfach mal beide gegen Nö, so geht das nicht Aber wir müssen auch erst mal rufen Wir müssen noch mal zurück zu der dicken Der schlub schon die ganze Zeit, aber Ist ja entlöscht Ich bin ein Biest Fahr'n wir noch mal Zurück zu der Petten Oh Zurück zu einer Korrosionswasser Zurück zu einer Korrosionswasser Zurück zu einer mal kurz hier Das liegt auch so und folgt wie Kurte, Airbags Und Futurum steht nicht, dass die Rohr fliegen Wenn es viel Gas gibt Das wird Schauen wir mal hinter Willst du Informationen draußen? Einfach mal try'n Ich schau' mal, ob es hier irgendwo steht Ey, verpisst euch Badmobil Eben war es ja noch in der Werkstatt Keine Chance gegen uns Fahrzeugsborn Was ist denn das neue Ding? Ah, wähle Fahrzeugfamilie aus Lightrunner, Bandit Technical Was soll ich denn nehmen? Ja, träum' er den Bandit Das Bandit Technical, würd' ich mal sagen Ah, auf der habe ich zwei von gespawnt jetzt Ist das schon? Okay, dann Aufwärts Du stellst das geschützt, oder was? Denk' ich mal Was? Weiße, das Ding geht böse ab Daraufs noch nennen wir Schuhwatschnitte Gleiche Das ist ja das Fahrzeug, das wir brauchen Meinst du? Jaaaa Das ist eigentlich schon ein tolles Schutz oben drauf Ja, wer steuert'n das eigentlich? Ich? Ja, cool Mhm Ja, aber da komm' ich mir als zwei Fahrer ein bisschen unnütz für 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 Scheint einer von uns zu sein, lasst ihn rein Ich versuch' inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen Na, Idioten Na, Idioten Fahrt ihr vor? Fahr'n wir nicht durch Würd' ich ja, wenn's durchkommen würd' oder irgendwie Mit Anlauf Nee Der dürfte wohl die Kette bewegt sein, hä? Ich geh' zu Fuß Ich schlag' auch mal aus Einmal doch Eins Einen? Ihr habt vier Oh, ich glaub, hier kommen was. Hier ist live, was einer braucht. Wir haben einen einen, dein Ding! Schnapp in dir, Batman! Batman and Mo! Er drückt wieder in die Fahrzeuge hin. Dass ich zumindest die Fahrzeuge fahre. Die können ja die Schütze bedienen. Ja, sie... LOL, der hat auch noch ein Typ an seinem Schild dran hängt. Und seine fröhlichen Zwerge. Aber ich versuch's. Oh, das ist ja echt Sarkasmus-Kur. Geil. Oh, los von den Fässern, fernhalten. Wo ist der Führer? Los, lock ihn ans Tor. Ja. Oh, danke. Ich versuch's. Oh ja, weg, 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 weg. Oh, gleich kommt er, gleich kommt ans Tor. Er müsste ihn irgendwie hierher locken, dann kann ich schon ein Fahrzeug schrotten. Ja. Ich werd deinen Zeichnen aufhören! Ich nehm mal wieder die dicke Wunde. Geil. Geil. Gib mir deine Verdammte vorhin! Ich hab eigentlich keine Lust ans Tor zu kommen, ne? Wahrscheinlich gescriptet. Boah, von wegen gescriptet! Geil. Ich bin tot. Kommt man da oben irgendwie rein? Ah, ich hab einen... Ich hab einen von seinen Schildzwergen, der Schild und steht wieder. Aber jetzt bin ich schon wieder tot. Weil er irgendwie... Okay. Nein, boah, eh, eh. Du darfst nur nicht sterben, du bist doch noch so jung. Wo ist das? Da, Alter! Wäre einer so freundlich? Danke. Oh, jetzt ist die Kette im Weg. Ich bin jetzt bloß weg hier. Hat ja geklappt, hat ja geklappt. Also klar. Ich versuche ihn mal von hinten irgendwie anzugreifen. Ich wollte es nicht probieren, solange es direkt vor dir steht. Es war einfach so gefällig. Boah, hat er mich schon wieder gekriegt. Ne, zwei Shots. Two Shots. Ne, ich geh mal rechts hoch. Das ist der ganze mit den Fahrzeugen. Jo. Boah. Hat der One Shots drauf? Aber auf jeden Fall. Kein Bock noch länger mit dem abzuchillen. One Shot, Two Shots, Three Shot, Four Shot. Boah. Ich werfe mal mit Granaten. Los, weg hier. Jetzt, jetzt ist es am Tor, jetzt ist es am Tor. Ich geh ins Auto. Boah. 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 Immer wenn er mich schießt, mich direkt tot. Jetzt krieg dich. Boah. Du musst ihn doch noch einkesseln. Ja. Fisch. Ja. So, den Rest lasse ich für euch liegen, da ist noch ne... Jetzt ist er tot, los schnapp ihn dir! Boki du schaffst das! Kein Plan. Ich werd noch ein. Hast du den weggesnackt? Ja, er hat ihn dick abgesnackt. In den Sniper wäre nice. Ne, SMG. Oh, das ist schön. Maschinengewehr, Exusiefschaden. So ein bisschen der Bau, oder? Nee. Ein Moment. Ich muss jetzt mal kurz was aus dem Inventar rausschmeißen. Um sowas dreckiges, was eh nichts kann. Naja, also ich nehme sie nicht. Gar nicht. Ja, wenn du dann keine nehmt, dann... Ja, ich nehme die blau. Aber nein, ich hab keine Rolle. Äh? Warum voll? Ich hab doch eben die einen weggeschmissen. Äh? Wie geht das denn? Ich muss es nicht verstehen. So. Boah, das Ding ist echt geil. Weiß mal, ich hab da irgendwas aufgehoben aus Versehen. Nee, macht nix, macht nix. Okay, noch so ein paar... Das ist echt geil. Hier, gibt's euch. Maschinengewehr... Leute, die sind so... Wie sehe ich gerade aus? Gieß mal was. Sehr homo. Ich muss so fett werden wie wir. Wie wir ganz hier. Wie eure Mutter. Aha. Na dann. Hey, ihr meintet, wir knuffelig. Hör, das ist im Menü. Du, kannst du knicken. Oh, kein... Kein... Oh, man. Auch so kleine dicke Knuddel. Ja, Moment, 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 Moment. Tag und ich stehen hier. Harab, ich warst das. Oh, man. Hey, Arenas. Mega lag. Bist du drin? Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zu schlusset, sieh zu, dass Roland nichts passiert. Ja. Panzer. So ganz sogar. Schildkapazität plus 92. Ist davon irgendwas? Ziemkuh-Höre-Generations? Irgendwo geiles Schild im Automaten. Was? Ich hab hier noch ne Waffe 52 Schadenfeuerstoß während des Zooms. Also ich hab noch zwei SMGs mit Feuerschaden. Ach, das war nur ein bisschen dumm. Ich kann mehr suchen. Ich hab noch...